Maria Katharina Helene Sebald ist eine deutsche Schauspielerin. Leben die Tochter eines Abteilungsleiters des Paramount-Filmverleihs nahm von 1946 bis 1949 privaten Schauspielunterricht und legte 1951 eine Schauspielprüfung ab. Bereits 1947 gab sie in Sondershausen als Edeltraud Panse in Maximilian Böttchers Krach im Hinterhaus ihr Bühnendebüt. Es folgten zahlreiche Theater-Engagements u.a. in Sondershausen, Berlin und München. Von 1965 bis zu seinem Tod 2010 war Maria Sebald mit ihrem Kollegen Robert Freitag verheiratet. Mit Freitags erster Ehefrau, der Schauspielerin Maria Becker, gab sie 1997 gemeinsam das Kochbuch Essen und Trinken und Fröhlichsein. Lieblingsgerichte von Maria Becker und Maria Sebald heraus. Maria Sebald hat eine Tochter sowie einen Enkel. Film im Jahr 1953 gab sie in dem Heimatfilm Wenn am Sonntagabend die Dorfmusik spielt neben Rudolf Prak ihr Filmdebüt. Seither bildeten Film und Fernsehen ihren künstlerischen Schwerpunkt. Maria Sebald spielte in Musikfilmen wie Der Zigeunerbaron, Dramen wie Anastasia, Die letzte Zarentochter, Komödien wie Helmut Keutners Zürcher Verlobung und Vater, Mutter und neun Kinder, Krimis wie Das schwarze Schaf nach Gilbert K. Chesterton, und der Gangsterfilmparodie Hoppla. Jetzt kommt Eddie. Western wie Die Gejagten der Sierra Nevada und Literaturverfilmungen wie Alfred Weidenmanns Zweiteiler nach Thomas Manns Budenbrooks und Helmut Keutners Adaption von Karl Zuckmeis Hauptmann von Köpenick. Dabei verkörperte sie oft sympathische Charaktere, aber auch listenreiche Gangster wie als Virginia Peng in der Realfilmversion von Manfred Schmidts beliebter Comicrei Nick Knatterton. Fernsehen populär wurde Maria Sebald auch durch ihre Rollen in Serien wie Ich heirate eine Familie oder als fürsorgliche Hannelore Wichert, die sie zwischen 1986 und 1991 in der ZDF-Serie Die Wicherts von nebenan verkörperte. Daneben hatte sie zahlreiche Gastauftritte in Serien und Reihen wie Tartort, Das Traumschiff, Der Kommissar, Derrick und Der Alte. Hörfunk und Synchronisation darüber hinaus arbeitete Maria Sebald umfangreich für den Hörfunk und Lie als Synchronsprecherin ihre Stimme international bekannten Schauspielkolleginnen wie Antonella Lualdi, Eva Marie Saint und Joanne Woodward.